Jetzt nicht so! Sorry schnell, darf ich noch eine Frage? Ja? Wenn du zu Hause wohnst, behauptest du vor Gott, würdest du Menschen von ihm, für dich persönlich? Nein. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, die schlechten Taten, wenn man das in seiner Menschlichkeit sieht. Ja, genau. Weisst du, warum er sich verzeihen kann? Weisst du warum? Weil Gott, er ist ja gerecht. Er kann nicht einfach, er gerecht richten, kann nicht einfach sagen, hey, du hast jemanden umgebracht, schwammt drüber, macht nichts, mach einfach ... Klar, ja. Du musst strafen. Gott ist ja gerecht, oder? Ja. Aber er ist gnädig, und warum? Die Gnade, dass er sagen kann, er hat seinen Preis gekostet. Es hat ihm seinen Preis gekostet. Weisst du, was er für einen Preis gezahlt hat? Weisst du es? Ja, es ist so. Ja, genau. Komm mal, gib mir den Preis. Ja, genau. Und darum, in dem Moment, wenn du ein riesen Saal nimmst, werden dir alle Söhne gezeigt. Ja. Wir werden einfach gezahlt werden. Ist gut? Ja. 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 Ja.